Ihr Süßen, da bin ich wieder. Ich war jetzt einige Wochen verschwunden, das lag daran, dass ich einen extrem beschissenen Schlafrhythmus hatte. Also ich habe teilweise bis 18, 19 Uhr gepennt, bin morgens immer erst um 8, 9 Uhr schlafen gegangen und jetzt habe ich es Gott sei Dank wieder im Griff. Und so ein extrem beschissener Schlafrhythmus kratzt natürlich so ein bisschen an der Psyche. Man hat keine Lust mehr auf nichts, man hat irgendwie so eine depressive Phase. Auch mir passiert sowas, auch dem Hampelmann, dem Gute-Laune-Knecht hier. Aber ich habe es wieder im Griff, mein Tagesablauf ist wieder da und jetzt werde ich natürlich euch wieder hier tagtäglich unterhalten. Es werden ein paar lustige Videos wieder folgen und mal gucken, wie wir hier wieder reinkommen. Ich habe mich auch viel mit dieser Corona-Thematik jetzt auseinandergesetzt. Ich habe mich da ja sehr, sehr unterschätzt mit meiner Aussage vor ein paar Wochen. Ich habe mich da, sehr, 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 super verletzungen. Ich, meine Tagesablauf, sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020